Mein Name ist Patrick Rieder, ich bin bei Goodman in Business Development tätig und in dieser Funktion zuständig für die Vermietung der Produktionsimmobilie hier in Pforzheim. Unsere Produktionsimmobilie Pforzheim 3 bietet aufgrund der technischen Eckdaten diverse Nutzungsmöglichkeiten. Hier lassen sich Produktion, Logistik und Verwaltung, aber auch Entwicklung an einem Standort miteinander kombinieren. Das Gebäude hat insgesamt zwölf Ladetore und ist von zwei Seiten andienbar. Somit lässt sich eine effiziente Lagerlogistik einwandfrei in die Betriebstätigkeit integrieren. Über 1700 Quadratmeter Büro- und Sozialflächen bieten ausreichend Platz für Mitarbeiter in der Verwaltung oder der Entwicklung. Wir sprechen mit unserem Angebot insbesondere mittelständische Produktionsunternehmen, aber auch große Industrieunternehmen an, die hier am Standort Herstellungstätigkeiten möglicherweise verbunden mit einem hohen Warenumschlag kombinieren möchten und sich langfristig in Pforzheim ansiedeln wollen. Die Nähe zu Stuttgart ist besonders attraktiv für Automobilzulieferer und Produzenten, aber auch für Maschinenbauunternehmen. Hier können Unternehmen Produkte, die häufig eine lange Lieferkette durchlaufen, in der Nähe ihrer Kunden zwischen- oder endverarbeiten. Wir hoffen, dass wir Ihnen hier ein attraktives Angebot unterbreiten können und so den passenden Raum für Ihre Ambitionen schaffen.